Die Mission Little Bird Startet am besten bei der Landing Zone Charlie 3 und dort aus geht es nach Norden in ein kurzes Waldstück, um den Helikopter zu finden. Sobald ihr diesen gefunden habt, müsst ihr noch weiter nach Norden zum nächsten Gebäude. In diesem Gebäude findet ihr die Insassen des Helikopters und was mit ihnen geschehen ist. Begebt euch dann wieder zu Charlie 3 zurück, um wieder in die Base zu fliegen. Viel Spaß in Grey Zone Warfare, euer Küni Bis zum nächsten Mal.